Musik 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 Bei Minustemperaturen hat Ende November das Entlebucher-Treichler-Treffen in Eschlismatt stattgefunden. Zwölf Entlebucher-Treichler-Gruppen und zwei Gastvereine nehmen beim Umzug durchs Dorf teil. Wir haben dieses Fest das Entlebucher-Treichler-Treffen das alle drei Jahre stattfindet. Immer von einem anderen Club durchgeführt wird um halb acht Uhr mit einem grossen Umzug durchs Dorf gestartet. Heute Abend war es perfekt mit dem Wetter. Richtiges Triechlerwetter Es hatte Schnee, es war kalt es gab kalte Finger und so war der Umzug mit den Fackeln noch viel eindrücklicher als wenn es grün gewesen wäre. Die Umzuggeschichte und alles hat man nicht genau gewusst wie Kunst funktioniert und dann war ich schon ein bisschen angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach auch, dass alle Treichler-Gruppen vom Entlebuch da sind, dass wir wirklich an einem Datum arbeiten können. Wir heissen Entlebucher-Heimat-Treichler, wir sind 20 Mitglieder und das haben wir zu unserem 10-jährigen Jubiläum organisiert das Fest. Es war eine super Stimmung, natürlich mit dem Schnee und alles ein wenig vorwie nächtlich. Wir können das eher ein wenig von den anderen Regionen, bei uns ist es weniger verbreitet mit diesen Umzügen und alles. Das Wunderungs ist da, dass wirklich alle Gruppen vom Entlebuch vertreten sind. Dass alle mitgemacht haben und mit unseren Geburtstag feiern. Roger Felder hat dank Eichhoff Jubiläumsfonds und ihren Stimmen letztes Jahr Geld gesammelt. Mit seiner Spende unterstützt er das Eis gebraucht um das Dreicheln. Dank dem Eichhoff Jubiläumsfonds können wir das Fest heute in diesem Rahmen durchführen. Wir können allen Dreichlern ein Essen abgeben und noch ein Geschenk, das sie auch noch überkommen. Es ist immer sehr schwierig, Sponsoren zu finden für so etwas. Zu diesem grossen Batsum, wir durften bei Eichhoff gewinnen, sind wir sehr stolz und dankbar für alle, die für uns gestimmt. Wir haben einfach gesagt, es kann nicht sein, dass es so viele Dreichler in der Schweiz sind, auch im Mäntelbuch. Es ist schön, dass wir gehen dürfen, dass wir das Ganze erleben dürfen. Aber wir möchten einfach in unseren anderen, in unserem Mäntelbuch, etwas zurückgeben. Ich habe von vielen Dreichlern gehört, die heute dankbar waren, dass wir das so grosszügig weitergegeben haben. Damit die Tradition vom Dreichle im Mäntelbuch weiterlebt, für das setzt sich Eichhoff Jubiläumsfonds auch in Zukunft ein. von Dreichle im Mäntelbuch von Dreichle im Mäntelbuch von Dreichle im Mäntelbuch von Dreichle im Mäntelbuch Dreichle im Mäntelbuch Dreichle im Mäntelbuch